Hallo, hier euer Susako, ich war mal wieder mit dem Big Mac Platin unterwegs in BRF Erfolge machen für den Ruhm des Draenor Schlachtzüglers und dabei haben wir heute die Flammenbinderin eingelegt mit dem Erfolg Mama, der Mann aus Stahl ist da, bezwingt Flammenbinderin Kargras, wieder so ein geiler Name, in der Schwarzwäldsgießerei auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, ohne Aknor Stahlbringer zu töten und hier ganz besonders Belohnung Anhänger Ankor Stahlbringer, das heißt ihr bekommt den Typen auch, das hier ist er übrigens, wenn ihr ihn dann für eure Garnision habt, der ist halt noch nicht ganz aufgepimpt, aber auf jeden Fall Epic und dann geht das ganze Kämpfchen hier auch schon los, ist relativ simpel, ihr seht den Boss ist da vorne, ihr braucht einen dritten Tank oder es wäre am besten, ihr habt einen dritten Tank, der sich dann das blau markierte Ziel, also den Arog nimmt und den nach außen tankt, bei uns dort zu blau hin, was halt ein bisschen kacke ist, der Kollege haut zwischendurch mal ab, ihr seht, da ist er am Springen und der Tank, der ihn haben sollte, hat nicht richtig die Agro zum Start gehalten, aber das kriegt er auch noch hin, ist überhaupt kein Problem. Ansonsten spielt er den Boss ganz normal runter, wie gesagt, mit dem aktuellen Damage haut er den Boss sowieso um wie nichts, Ringe ziehen, HT, High Five, gib ihm, ansonsten, wie gesagt, der Tank spielt da hinten so ein bisschen mit ihm, der hat eine relativ langweilige Sache zu tun, der muss eigentlich immer nur drauf warten, wenn er gesprungen ist, dass er zurückkommt, braucht eigentlich gar nicht hinterher rennen, die Tanks vorne spotten hin und her, nö, die DTs hauen drauf, gehen aus ihren Feuerschnitten und weichen den Feuerklingen hinten aus, Kreise laufen nach vorne in die Millis, es sei denn, sie können es alleine abfangen. Der Kollege konnte es nicht oder hat es nicht gewusst. Und die Wölfe ganz normal spielen, falls es denn von Noten ist. Wir haben den Boss so weit runtergekloppt, ich glaube, wir haben die Wölfe gar nicht mehr gemacht. Wir haben einfach nur noch stumpbide den Boss gekloppt, das müsst ihr selber wissen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen, ein Däumchen wäre ein Träumchen, ein Abo natürlich auch, bis zum nächsten Erfolg, euer Susako. 3, 2, 1.